grüßt euch liebe messerfreunde das ist die verlosung zu meinem 555 plus subscriber giveaway und es hat jetzt noch eine woche länger gedauert als ursprünglich so angedacht aber es gab noch drei video antworten die noch dazu gekommen waren und ich hatte ja gesagt okay wenn es noch ein bisschen länger dauert dann gestehe ich euch das zu natürlich wer möchte kann gerne teilnehmen und es sind noch drei dazugekommen und es sind 33 kommentar teilnehmer dieser neuen video antwort verlosung vielen dank für eure teilnahme erst mal und 27 video antworten habe ich erfasst gefasst das ging nicht ganz so lückenlos hätte ich das war nicht ganz problemfrei da ist auch youtube dazwischen gefunden die mir wieder da ein bisschen was ja vorenthalten wollten glücklicherweise haben sich dann aber auch die kandidaten dann nochmal bei mir gemeldet so wie es erbeten habe von euch und so müssten jetzt eigentlich alle im boot sein und ja wenn ich ja was soll ich sagen dann seid mir bitte nicht böse drum ich habe alles nochmal durchgeschaut und ja ich hoffe ich habe alle an alle gewinner gilt aber auch bitte falls ich euch nicht kenne bitte schreibt mir dann gleich eine e mail oder wann auch immer wenn ihr wollt schreibt mir eine e mail und für die die ich nicht kenne bitte sendet mir ein bild eures personalausweises zu mit dem geburtsdatum ich möchte mich natürlich auch nicht strafbar machen wir werden messer verlost und von daher brauche ich dann schon eure volljährigkeit als dokument ja das bedingung gut wollen wir gar nicht mehr viel rum herum reden es geht bei den video bei den kommentar antwort kandidaten hier um das srm messer 33 kandidaten sind dabei und ja los geht's viel glück euch allen der gewinner ist die nummer 31 die nummer 31 pfaff 83 herzlichen glückwunsch du hast das srm messer gewonnen ich zeige es dir noch einmal ganz kurz pfaff 83 ja der hat auch oft schon kommentiert bei mir das freut mich für dich herzlichen glückwunsch du bekommst das srm 9008 schöner flipper kugel gelagert der soll zu dir kommen super mit kurz wieder wegpacken so dann haben wir unsere video antwort kandidaten wir haben den an die 18 78 jan chaos w dirk flugrad andreas s schnauers 58 bernhard hofbauer knifemax markus 73 den walschrad supraquart tactical chat germany juice 09 hogweed the hogweed james cole 2305 spider bro sr 69 marco ska movies and more vick spider lizard king 111 stefan 12321 stony k stefan borg schulze richard rio jaman rio jaman sorry fred prana skype 69 und unseren hornsby 55 ich möchte das jetzt aber so machen dass ich natürlich auch einmal das random programm laufen lasse ich gebe schon mal die teilnehmerzahl ein wir haben 27 teilnehmer so hier nochmal der erste gewinner damit ihr auch seht pfaff 83 mal 31 so wir werden das jetzt so machen ich lasse das random programm laufen und nicht nur das random programm soll über gewinn oder auch nicht entscheiden sondern danach wird auch noch ein würfel fallen und das wird dann entsprechend so laufen dass jetzt beispielsweise die nummer keine ahnung die nummer 25 durch den generator hier gezogen wird zusätzlich wird der der würfel fallen und wenn wir jetzt beispielsweise fünf haben dann werden wir ja über die maximalzahl über die maximalzahl von 27 drüber hinaus dann geht es vom ersten platz an weiter sprich also wenn wir die 25 gezogen haben plus fünf dann haben wir also zwei bis 27 und dann hat die nummer drei gewonnen also das ist ja so so soll es eigentlich sein so soll es gemacht werden so soll es laufen gut also der dritte platz mit dem dritten platz denke ich fangen wir an der dritte platz viel glück euch allen der dritte platz ist die nummer zehn und vier der dritte platz geht an die nummer 14 die nummer 14 ist james cole 23 05 herzlichen glückwunsch an dich der zweite platz wir generieren die nummer 24 und wieder die vier so wir haben drei 27 und eins ist 28 also entsprechend platz 1 geht an unseren andi 18 78 herzlichen glückwunsch und der platz 1 glaube jetzt wird es noch mal richtig spannend hoffe ich das real steel megalodon eclipse geht an jetzt zählt aber gewissenhaft durch ja hallo 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 ah nummer 10 nummer 10 und 1 die nummer 11 tactical dead germany du gewinnst das real steel megalodon eclipse ja und damit sei es getan wir haben alle gewinner ermittelt ich muss gerade mal schauen ja müsste ich müsste ich eigentlich auch ja also ähm schreibt mir bitte in die kommentare einmal eure e-mailadresse seid so nett und ähm dann schreibe ich euch dann auch so gleich an ich glaube ich habe sonst nirgends wo meine ja also es wäre nett wenn ihr mir kurz eure e-mailadresse einmal zukommen lasst und dann tauschen wir uns aus und dann sollen auch bald euch die preise zukommen ich bedanke mich ganz herzlich für eure teilnahme und ja wünsche euch noch ein schönes wochenende und ja vielleicht und hoffentlich bis zum nächsten video bleibt gesund und vielen dank fürs rein seppen tschüss